Trinken? Sieht schlecht aus. Wir haben noch nichts. Wir müssen was holen. Ähm... Nur normales Wasser. Es ist alles, alle gewesen. Gestern hab ich vergessen zu holen. Oh nein, nur Minuten. So meine Lieben, ich muss gleich die Sprecherkarte leeren. Ich bin mitten im Alkohol. Aber es war so stressig, dass ich nicht irgendwie aufgenommen habe. Weil ich überall zu spät kam. Ja, ich erkläre euch da später. Auch frei ist da. Und wie gesagt, Sprecherkarte muss geleert werden. Da blinkt die ganze Zeit nur Minuten. So, also... Das ist aber nicht cool. Can trinkt gerade den Tee von der Mai. Den grünen Power... Oh Gott, Power Tee, ne? Ja. Aber er spuckt mehr. Janisch macht eine Woche jetzt keinen Mittagschlaf mehr. Du hast ja so Blätter, ne? Ja. Die machen dann richtig wach. Das war vielleicht doch nicht... Ich guck den Tee wieder aus. Ich glaub hatte... Ja, der Fußboden sieht ganz so aus. Guck mal Mai. Doch nicht. Auf der Kommode ist... Ja, da ist so ein Päckchen. So ein kleines. Du als Wimpernexpertin... Wie findest du die? Lilly Lashes. Nimm die mit. Das sind so 3D... Fake Lashes. Die Haare sind aber auch nicht schön. Gell? Oh Gott, der spuckt. Achinia! Ah! Aber ich find die irgendwie so Drama-Lashes-mäßig. Mann! Du meintest ja schon lange... Aber so solch könnte ich nicht reisen. Ich glaub, ich müsste meine Augen kommen. Ja, Jana wollte die... Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Jala, du musst sie dir mal live anschauen. Weil die sind echt live. Du, Freundchen! Ja, Tjeda kommt jetzt. Wir ziehen dich an und du gehst mit der... Dann gehst du zum Bäcker... Oh Gott, siehst du aus! Du bist ja gleich hier. Komm, dann gehen wir... Achinia! 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 Hi, Schatz! Hallo! Ich hab bei dem Catering angerufen. Bei dem Essen. Die haben gesagt, du bist dann am 12. dabei beim Essen. Was heißt das? Erstmal muss ich meine Frühstück sagen. Ich hab bei Essen und dann... Ich weiß, ich muss dann morgen nochmal mit dir hin. Und wir fragen nach. Wie das jetzt ist. Ob du dann nicht ab den 1. sondern ab den 12. mit... Bitte nicht! Warum? Ich will mit Essen. Also geht nicht. Du hast kein Essen da. Ja, weil es ist das erste Mal gelegen. Ab 12? Ja, am 12. mitten im Monat. Keine Ahnung. Ja. So, wie war die Schule, mein Schatz? Gut. Ich hab nicht Butter. Super. Achsel, Schatz. Die Maya hat die gleiche Jacke wie du. Aber sie hat weniger dafür bezahlt. Sehr logisch. 40 Euro und wir fast 50. Wir haben 50. Nein. 45,99. 45? Ja. Mir geht's zum Bäcker mit Gianni. Warte, ich zie sie ihr. Oh, jetzt hab ich ja gewöhnt. Zieh die kleine, süße Maus nur an. Komm, süße Maus. Komm. Ja, es läuft wieder rund ohne Ende. Nämlich überhaupt nicht. Ich war mit dem Video einmal fertig. Was macht Gianni? Knipst die Steckdose aus. Der PC geht aus. Dann fahr ich ihn wieder hoch. Normalerweise ist dann alles dort, wo es sein soll bei iMac. Das ganze Projekt ist weg. Also ganze It's My Life, wo ich gerade fertig war, ist weg. Ich will es nochmal abspeichern. Geht nicht. Ich muss alles nochmal von neuem machen. Was ist mit rausgehen und ein bisschen spielen? Achille, beende das Ganze. Was ist mit meinem Kopf? Nein. Du brauchst nicht ganz schneiden. Nicht schneiden. Nicht ziehen. Lieb sein. Ja. Ohne Gianni bin ich jetzt fertig. Aber nein. So, meine Lieben. Es geht Video hochladen. Ich kann es nicht. Achille, weil die Selin... Nein. Die It ist jetzt hinten und darf das Handy und Achille ist jetzt sauer. Mäuschen, Achille, mach hier das Passwort und schnall dich an. Los. Die Kinder haben Durst und wir haben nichts mehr zu trinken gehabt. Somit schnell beide Tränke holen. Bist du genervt von der Sonne, mein Schatz? In deinem Alter ist man noch nicht mehr. Gianni? Achille, ich glaube, machst du die Lichter aus, bevor das Auto dann wieder stehen bleibt, weil die Lichter angeschaltet wurden. So, wir sind gleich da in Rheinheim. Und gehen zu Aldi. Und das, um drei Videos hochzuladen. Natürlich sind die anderen eingeschlafen. Das wird eine lange Nacht für mich. Achille, mach dir den Müll hier bitte raus. Achille. Ja. Ich habe gerade die Sachen eingetragen. Eingetragen? Hallo? Ich habe sie reingetragen. Die komplette Wohnung ist so ein bisschen durcheinander. Deshalb muss ich das Ganze jetzt ordnen. Hier geht's. Aber zum Beispiel hier und Wohnzimmer. Das werde ich ganz schnell machen, bevor ich den Gianni hole. Und die Ichi, die sind immer noch im Auto. So. So, alles fertig. Und schonfalls auch da. Und ich habe sie reingetragen. Das war so cool. Jetzt muss ich nicht wahr. Ich habe es richtig. Ich habe es richtig. Und dieser ist nicht derart, ich habe es richtig. Ich habe es richtig gefört. Ich muss den Hinterklammern. Sei mal ein bisschen langsamer. Lass ihn mal piksen. Lass ihn mal piksen. Ja, mach noch mal. Du kannst hier nicht durch. Ui. Nein, 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 noch nicht tragen. Das ist dir zu schwer. Und was machst du jetzt? Ich brauche ein bisschen die Küche auf. Sie hat ein bisschen Öl zerstört. Eigentlich. Das ist dir schon klar, dass es ein bisschen gefährlich ist, wenn der Fernseher so umfällt und so. Schatzi? Möchte raus? Hast du jetzt ein bisschen Staub gewischt, Gianni? Nein, nein, nein. Es wird nicht wieder gewandert. Ja, wander, wander, wander aus. Wander aus, wander aus. Wander aus, wander aus. Ja, wir gehen jetzt schlafen. Tschüss. 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 Und geht's leer? Geht's leer. Dobranocz. Das war schon zu viel, ne? Okay, meine Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Dobranocz. So, mein Schatz. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Gymnast. Du bist faul damit. Mama, mach's verrückt. Bist du verrückt? Mach's selber. Wie heißt das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.